Gold herzustellen, was unkratzbar ist. Und das haben wir jetzt als Patent. Wir haben das in unserer Metallurgieabteilung Schmiede, sagt man, La Fonderie. Und wir produzieren 800 Kilo Gold, unkratzbar pro Jahr. Weil, das ist die Innovation. Also keine Innovation, für uns keine Zukunft. Also haben wir alles in die Innovation, in die Entwicklung. Und wir haben natürlich sofort investiert in unsere Manufaktur, um so schnell wie möglich den Quarzwerken loszuwerden und um so schnell wie möglich unser eigenes Werk oder eigene Werke herzustellen. Im Jahr 2008 lief es so gut, dass wir fast 210 Millionen Umsatz gemacht haben. 208 Millionen Umsatz im Jahr 2004. Als wir im September kamen, waren es 26 Millionen. Also fast mal 10 in drei Jahren. Es war ein phänomenaler Erfolg. Und wir hatten 48,6 Millionen Gewinn. Das heißt, über 20 Prozent Gewinn. Wir hatten immer noch null Schulden, immer noch kein Leasing. Aber wir hatten eine Manufaktur, wir hatten eine Entwicklung und so weiter.